Vor allem jetzt mit dem ganzen Nebel, leichter Sonne, ich denke, es wird richtig, richtig geil. Aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich denke, wenn ich dann hier drüber fliege, bekomme ich einen richtig coolen Effekt. Und vor allem da hinten ist der Wald, vor allem da mit der Sonne, wenn sich ein bisschen reinkommt. Ich denke, das wird richtig, richtig cool. Okay, jetzt kommt die Trommel. Wir bringen wieder her. Zum Kalibrieren. Und wir sind eigentlich schon startklar. Und wir sind jetzt hier. Und wir sind jetzt hier. Und wir sind jetzt hier. Und wir sind hier. Und wir sind hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020